Alle Jahre wieder zum Heiligabend laden die Wasserwerke Zwickau zum weihnachtlichen Turmblasen an den Wasserturm Oberplanitz ein. Auch in diesem Jahr waren wieder hunderte gekommen, um den weihnachtlichen Weisen des Jugendblasorchesters Zwickau zu lauschen. Vorsorglich nahmen die Musiker ihre Kopfbedeckung vor dem Auftritt ab, da ein kräftiger Wind wehte. Bei einem, zwei oder mehreren Bechern Glühwein plauderten die Besucher miteinander. Für viele ist es ein Muss, immer zu Weihnachten diesen Termin wahrzunehmen. Auch vielleicht, um Freunde und Bekannte zu treffen, die man das ganze Jahr über nicht sieht. So wird es dann wohl auch 2014 am Heiligabend wieder sein.